Für die meisten von uns gab es heute noch mal einen Sommertag. Wie hier in Meißen schien in vielen Regionen die Sonne und das Thermometer kletterte auf über 25 Grad. In der Nacht ziehen von Westen her Wolken zu uns und gleichzeitig kommen im Westen und Südwesten Schauer und Gewitter auf, die sich über die Mitte langsam ostwärts ausbreiten. Nordöstlich der Elbe und auch südlich der Donau starten wir mit trockenem Wetter in den Sonntag. Teilweise scheint hier sogar noch die Sonne. Ansonsten sind schon zahlreiche Schauer und Gewitterwolken unterwegs. Am Nachmittag bleibt es dann nur noch an der Ostsee meist trocken mit etwas Sonne. Im großen Rest von Deutschland geht es mit Schauern und teils kräftigen Gewittern weiter. Gebietsweise drohen auch Unwetter durch Platzregen und Sturmböen. Im Vergleich zu heute gehen die Temperaturen von Westen her spürbar zurück. Mehr als 18 bis 23 Grad werden meist nicht mehr erreicht. Lediglich an der Oder und unteren Donau sind bis 25 Grad möglich. Und von den 25 Grad müssen wir uns am Montag dann ganz verabschieden. Es stehen noch Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad auf dem Programm. Dazu tummeln sich im Südosten auch noch kräftige Gewitter. Ansonsten beruhigt sich das Wetter im Norden und Westen langsam. Der Dienstag wird der schönste Tag in ganz Deutschland. Schon am Mittwoch kommen von Norden neue Wolken mit Regen auf. Kühl und wechselhaft wird es dann am Donnerstag sein. Ihnen jetzt einen schönen Abend hier in Sat.1.